Wir haben jetzt zwei Spiele im Draft, zwei Siege. Ich würde sagen, wir knallen direkt das dritte Spiel. Einfach direkt weiter den Flow mitnehmen. Laut dem Fischer sollten im Draft, also im Draft lohnen sich, ich weiß nicht woher er das weiß. Er hat mir auf jeden Fall gesagt, zwei Siege oder vier Siege. Ein Sieg lohnt sich nicht und drei Siege lohnen sich nicht, wegen den Packs. Jetzt weiß ich nicht, was für Packs man bekommt und so weiter. Keine Ahnung, ob das stimmt oder nicht stimmt. Die Packs unterschiedlich sind oder immer dieselben, wie, wo, was. Ich sage dir so, ich versuche einfach immer auf diese vier Siege zu gehen. Das ist nicht einfach, aber wir kommen ja nicht um zu verlieren. Aber bitte macht den Zaha. So muss, Junge, so muss. Zaha. Was ist der Wert? Vielleicht kommt der ins Starter-Team, aber ich glaube, jetzt ist der noch zu teuer. Haaland. Auf Zaha. Zaha. Junge. Zaha. Wilfried. Ödegard. Hinterrum. Lukas Moura. Kemp. Elfmeter. Oh, wie schießt man Elfmeter? Boah, bitte keine... Bitte keine neue hier Technik und so weiter. Boah, wie geht das? Bruder, wie schießt man Elfmeter? Ja. Muss eigentlich sitzen. Sag ich euch so, wie es ist. Grundlinie. Der macht da ein Karate-Kid. Abseits, oder? Ja. Pause angemeldet. Der Kollege ist weg. Dritter Sieg. Dritter Sieg. Warte mal. Wer bist du? Wir waren auch besser. 3-0. Klare Sache. Letztes Spiel im Draft. Komm schon. Wir starten defensiv. Haaland muss was zeigen. So. Lukas Moura. Muss sitzen. Sitzt. Der Brasiliano. Haaland. Was? Haaland dreht sich und schießt direkt. Was ein Strahl. Ecke. Typische klassische Variante. Einmal hintenrum. Einmal in die Mitte. Nochmal hinlegen. Nochmal hin. Lukas Moura dreht sich fast. Unglaublich. Abseits, oder? Schiri. Ja. Okay. Eine Halbzeit noch. Sieben zu ein Schüsse für mich. Aber Statistik sagt nichts. Stark. Knall dir rein. Und er stellt den Torwart. Und er stellt den Torwart. ödegard heidewitzka herr kapitän suchen die lücke und werner kann nur auch ein bisschen spielen 4 0 10 minuten sollte nichts anbrennen was ist das wenn die kamera so komisch ranzoomt noch eine grätsche hier nein es war 4 2 jetzt gehts ab hier torwart will ein tor schießen da ist der vierte sieg was kriegen wir für packs mega pack und premium goldspieler pack premium goldspieler mega pack gleichspieler und tauschbare pack alles klar so freunde ich hoffe die folge hat euch gefallen wenn ihr sehen wollt was in diesen packs von nines was in den nächsten drops passiert was mit dem team passiert und was allgemein mit diesen let's play hier passiert schaltet morgen wieder rein bis dahin lasst ein abo da aktiviert die glocke um nichts zu verpassen schreiben kommend und die glocke bien k